UNTERTITELUNG Meine Herren sind es, die die Ideale der Cosa Nostra verraten haben. Und deshalb halte ich mich nicht für einen Verräter. Ich habe Beweise, die eindeutig belegen, dass Buschetta ein mieser Lügner ist. Ich verleugne diesen Namen, ich verleugne Tommaso Buschetta und sag nicht mehr, dass er mein Bruder ist. Du willst deine Kinder nicht mitnehmen? Ich will sie in Brasilien nicht dabei haben. Muss ich dich daran erinnern, dass du meine Kinder geküsst hast und sie dann umbringen lassen hast. Wo ist dein Vater? Wo steckt sich dein Vater? Masino, bitte denk an die Kinder. Sie wollen dich wiedersehen. Die Familie ist für mich heilig. Die Mafia ist nicht unbesiegbar, ein menschliches Phänomen. Sie hat einen Anfang und wird ein Ende haben. Deine codeine Händel Du weisst, hast du ihn, was deine Kinder.